Der Prolog von Ochrit vom 2. Dezember Gedenken Der heilige Prophet Habakuk war der Sohn von Safat aus dem Stamm Simeon. Er prophezeite 600 Jahre vor Christus in der Zeit des Königs Manasseh und sagte die Zerstörung Jerusalems voraus. Als Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem angriff, suchte Habakuk Zuflucht im Land der Ismailiten. Von dort aus kehrte er nach Jerusalem zurück, wo er als Landsmann lebte. Eines Tages trug er das Mittagessen zu den Feldarbeitern, als ihm plötzlich ein Engel Gottes erschien und sagte, bring das Essen, das du in der Hand hast, dem Daniel nach Babylon in die Löwengrube. Daniel 14, Vers 34 Doch Habakuk erwiderte, Herr, ich habe Babylon nie gesehen und die Grube kenne ich auch nicht. Daniel 14, Vers 34-35 Da fasste ihn der Engel des Herrn am Haarschopf und trug ihn im selben Augenblick über eine ungeheure Entfernung hinweg nach Babylon an den Rand der Grube, in die hinein Daniel geworfen worden war, als Strafe dafür, dass dieser nicht die Götzen angebetet hatte. Daniel, Daniel, rief Habakuk, nimm das Essen, das Gott dir geschickt hat. 14, Vers 37 Und Daniel nahm es und aß. Danach versetzte der Engel Habakuk wieder an seinen früheren Ort, sein Feld in Judäa. Habakuk prophezeite auch die Befreien Jerusalems und die Zeit der Ankunft Christi. Er entschlief hochbetagt und wurde in Kela beerdigt. Seine Reliquien wurden in der Regierungszeit Theodosius des Großen entdeckt. Die heilige Märtyrerin Mirope wurde in Ephesus geboren. Ihre Eltern waren Christen. Nach dem Tod ihres Vaters zog sie mit ihrer Mutter auf die Insel Chios, wo sie das Martyrium für Christus erlitt. Das Martyrium dieser heiligen Jungfrau fand statt kurz nach dem Martyrium und Tod des ruhmreichen Märtyrers Isidor des Soldaten, Gedenken am 14. Mai. Als die Folterer Isidor enthauptet hatten, holte Mirope bei Herz seinen Leib, beräucherte ihn und begrub ihn ehrenvoll an einem besonderen Ort. Der niedertrichtige Fürst Numerian vernahm, dass der Leib des Märtyrers gestohlen worden sei und wollte die Wächter töten. Als die selige Mirope davon erfuhr, dass unschuldige Männer für ihre gute Tat leiden sollten, erschien sie vor den Behörden und erklärte, sie sei es gewesen, die den Leib des Märtyrers geholt und begraben habe. Auf Anordnung des Fürsten erhielt die heilige Jungfrau heftige Peitschenhiebe am ganzen Leib und schließlich wurde sie mit Wunden überseht ins Gefängnis geworfen. Doch der Herr ließ seine Märtyrerin nicht ohne Trost. Um Mitternacht erleuchtete ein himmlisches Licht das Gefängnis und viele Engel mit dem heiligen Isidor in ihrer Mitte erschienen ihr. Friede sei mit dir, Mirope, sagte der heilige Isidor zu ihr. Dein Gebet zu Gott ist erhört und bald wirst du mit uns sein und den Kranz empfangen, der für dich vorbereitet ist. Die heilige Märtyrerin vorrohlockte und übergab in diesem Augenblick ihre Seele Gott. Ein süßer Duft ging von ihrem Leib aus und erfüllte das ganze Gefängnis. Einer der Wachen sah dies und nahm den Geruch wahr und kam zum Glauben an Christus. Er wurde getauft und empfing bald darauf den Märtyrer-Tod. Die heilige Mirope gelangte im Jahr 251 in ihre ewige Wohnstätte. Der heilige Urosch, König von Serbien, war der Söhn von König Duschan. Er regierte in der schwierigen Zeit des Zusammenbrechens des serbischen Königreichs. Sanftmütig, fromm und edelmütig wollte er die ungezügelten Adligen nicht gewaltsam unterwerfen, unter denen der gewalttätigste Vukawa, der den König schließlich ermordete. Der gute Urosch erlitt den Märtyrer-Tod am 2. Dezember 1367 im Alter von 31 Jahren. Von Menschen getötet wurde er verherrlicht von Gott. Seine wundertätigen Reliquien ruten im Jadzak-Kloster in Fruskagora, bis sie im Zweiten Weltkrieg nach Belgrad gebracht wurden. Sie wurden in der Kathedrale neben den Reliquien des Königs Lazar und des Herrschers Stefan Stiljanovich beigesetzt. In der Regierungszeit dieses guten Königs wurde das Kloster des heiligen Naum von Grigur, einer der Adligen des Königs Urosch, am Ufer des Sees von Ochrid erbaut. Der gottgeweihte Afanasi Klausner im Kiewer Höhlenkloster. Dieser heilige Mann starb nach einem langen asketischen Leben und wurde von seinen Brüdern für das Begräbnis gewaschen, eingekleidet und vorbereitet. Afanasi lag zwei Tage tot und kehrte plötzlich ins Leben zurück. Als sie kamen, um ihn zu begraben, fanden sie ihn sitzend und weinend. Danach schloss er sich in seiner Zelle ein und lebte weitere zwölf Jahre von Brot und Wasser. Zu keinem sprach er ein Wort. Er entschlief im Herrn im Jahr 1176. Der heilige Ise, Jesse, Bischof von Zilkani, war einer der 13 syrischen Väter, Gedenken am 7. Mai. Er war ein großer Wundertäter. Durch seine Gebete lenkte er einen entfernten Fluss um, damit er in der Nähe der Stadt Zilkani fließe. Seine Reliquien ruhen in einer Kirche, die ihm gewidmet ist in Zilkani in Georgien. Lobeshymne Siegte er, getötet lebte er. Betrachtung. Wer ist jemals mit Nachrichten aus der anderen Welt zurückgekehrt? Dies ist eine häufige Frage auf den Lippen Ungläubiger. Man sollte antworten, bereut eure Sünden, wenn ihr das herausfinden wollt. Macht euch würdig und ihr werdet sehen. Der Prophet Habakkuk reiste mit einem Engel. Die heilige Mirope sah eine Schar Engel mit dem heiligen Märtyrer Isidor unter ihnen. Der heilige Afanasi vom Höhlenkloster war in dieser Welt zwei Tage tot und lebte nur in der anderen. Bei der Rückkehr seiner Seele in den Körper versammelten sich alle um ihn und fragten ihn, »Wie bist du ins Leben zurückgekehrt? Was hast du gesehen? Was hast du gehört?« Er sagte nichts darüber, sondern war in tiefem Staunen über das, was er in der anderen Welt gesehen hatte, und sagte nur, »Rettet euch!« Als ihn viele weiter bedrängten, zu sagen, was er in der anderen Welt nach seinem Tod gesehen hatte, antwortete er, »Wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr mir nicht glauben oder nicht auf mich hören.« Als sie ihn noch weiter bedrängten, sagte er, »In jedem Augenblick bereut und betet zum Herrn Jesus Christus und zu seiner allreinen Mutter.« Sogar in unserer Zeit geschehen solche Fälle. Die Visionen und Berichte jener, die offenkundig gestorben waren und dann ins Leben zurückgekehrt sind, sind nicht widersprüchlich, sondern ergänzen und vervollständigen sich gegenseitig. Zum Beispiel, »Jeder, der gestorben ist, sieht einen Teil jener anderen Welt, die von großer Weite ist, unermesslich größer als diese Welt.« Viele sehen ihre längst verstorbenen Verwandten und sprechen mit ihnen. Dies ist eine recht gewöhnliche Erscheinung. Im Jahre 1926 lag Meletiyepe im Ort Vevchani auf seinem Totenbett. Er sprach mit seinen Kindern, die 20 Jahre zuvor gestorben waren. Als seine lebenden Verwandten ihm sagten, »Du redest wirr?«, erwiderte er, »Nein, keinesfalls. Ich spreche mit ihnen, wie ich mit euch rede, und ich kann sie genauso klar sehen, wie ich euch sehen kann.« Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über den Sündenfall von Adam und Eva. Genesis 3 Wie Adam und Eva vor ihrem Sündenfall in Unschuld gekleidet waren und ihre Nacktheit nicht sahen. Wie sie ihre Nacktheit sahen, nachdem sie gesündigt hatten und sich vor Gott verbargen. Homilie Über Gottes freudige Offenbarung im ersten Satz der Bibel Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Genesis 1, Vers 1 Wie knapp und inhaltsvoll ist jedes der Worte Gottes. Sie sind wie zusammengefaltete Leinentücher, die man unter dem Arm tragen und auf der Wiese ausbreiten kann. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wie viele kostbare Güter enthält dieses Wort Gottes. Vor allem zeigt es uns, dass Gott allein ewig und ungeschaffen ist. Und diese Offenbarung schenkt uns auch die erste unaussprechliche Freude. In diesem Strudel von Wandel und Vergänglichkeit schafft uns die Tatsache, dass unser Schöpfer jenseits von Wandel und Vergänglichkeit ist, eine Freude, die über alle Worte hinausgeht. Sie zeigt uns überdies, dass es der eine und einzige gute Gott ist, der die Welt geschaffen hat, und genauso wie er der Schöpfer ist, ist er auch ihr Erhalter und Fürsorger. Und diese zweite Offenbarung bringt uns eine zweite unaussprechliche Freude. Die Welt ist nicht aus einem geistlosen Chaos oder einem zufälligen Ereignis ohne Sinn und Zweck hervorgegangen, sondern sie stammt von Gott, der weise, allwissend und allbarmherzig ist und der sie leitet und sie zu dem für sie bestimmten Ziel führt. Wiederum zeigt es, dass die Welt einen Anfang hat, und so muss sie auch notwendigerweise ein Ende haben. Diese dritte Offenbarung schafft uns noch eine weitere unaussprechliche Freude. Wie bedrückend wäre es, wenn diese Welt ewig wäre und sich all ihre Ziele, sowohl die unmittelbaren als auch die fernen, in ihr selbst befänden. Dies würde im Geist der Intellektuellen tatsächlich einen schwindelerregenden Strudel und in den Herzen der guten Leid hervorrufen. Schließlich zeigt es uns, dass Gott zwei Welten geschaffen hat. Die irdische und die himmlische, die materielle und die immaterielle. Und diese vierte Offenbarung schafft uns die vierte unaussprechliche Freude. Auch wenn wir jetzt unsere Augen heben können und mit Freude die Sonne und den Mond und die Sterne über uns sehen, so können wir auch unseren Geist in die geistige Welt erheben. Die Welt der Engel, die unserer Welt ähnlich, aber reiner und herrlicher ist. Und wir können uns freuen, weil wir wissen, dass es eine bessere Welt als unsere gibt und wir eines Tages unsere Heimat und Ruhe wie müde Wanderer, die nach Hause zurückkehren, dort finden werden. Oh, wie traurig würden die Augen des Menschen in der Welt umherwandern, wenn dies die einzige Welt wäre und kein Sternengewölbe darüber wäre. Und wie kummervoll würde der menschliche Geist im Reich der Materie umherwandern, wenn es kein Reich des Geistes gäbe, kein Reich des Paradieses. O gütigster Herr, Ehre sei dir und Lobpreis. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.